hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge golf with your friends mit dabei sind wer die üblichen krihan tonic und stilow ich einstellen hier ausgewählt classic hier ist eigentlich seine stimmung so nachdem du jetzt ohne gewonnen hast ja super ich habe mir jetzt mal eine andere taktik überlegt und zwar ich habe für die runde jetzt einfach mal ein bisschen hirn mitgenommen so die bahn habe ich schon so lange nicht mehr gespielt und ich habe sie damals schon nicht gemocht kennelein wurde geändert aber auch immer was noch alles irgendwann so ein beisammen zu beginnen ich finde man kriegt bei der musik und bei den bildern ja eigentlich schon fast diabetes ich habe die musik ausgestattet bei dem spiel ich hätte ich auf irgendein map dann auf die nerven gegangen dann kriegst du noch irgendwann hin aus läuft nicht so gut für mich bisher mit dem agenten das kommen wir gerne auf was denn da passiert damit habe ich nicht gerechnet dass ich das rüber fliege aber okay paar gespielt hätte schlimmer sein können hätte aber auch besser sein können wenn ich nicht drüber geflogen wäre vielleicht hätte ich dann sogar ein igel geschafft das ist gut das ist gut hier die bahn bei mir kommt er nicht rüber gebaut das kollektor eigentlich an nein wir im classic ach so gut schade dumm da war ja was boah diese texturen die sind kaputt bei mir ne die sind so also je nachdem was du halt hast aber unten der boden sieht schon so aus wie diese grafikfehler wenn du kein source installiert hast ne ich meine diese rutsche runter sieht irgendwie aus als hätte man die grafik einstellung auf ganz low gestellt aber nur für die rutschen total verpixelt wohin geht es jetzt ich das kann verlaufen und glück das gibt es einfach nicht wieso schlechter nicht einfach verkacke ich selbst dauer an diesen wackel pudding ich will doch kein wackel pudding haben an dieser wieder nicht vorher getroffen ich habe viel gebraucht also ihm ist gleich rum hier mal irgendwie irritiert mich sogar der hut in ich habe das ist ein horn da ein ball aber das hause war schon in den herren dreimal so groß wie ich kriege ich hier nach den runden etwas nicht wo er kriegt ihr das angezeigt dass wir sowas bekommen oder holen wollen alles gut bei steam kriegst du angezeigt dass du einen gegenstand bekommen hast die gegenstände wie hiervon bekommst kannst du anziehen ich habe noch keinen einzigen bekommen dafür muss man anscheinend auch gut spielen das würdest erklären stil er genau habe nur gerade gewonnen also bei mir hat er hat bei dir der anzeige macht zwar mit den punkten ich bin auch die ganze zeit in der am ende der liste und habe ich zwar also sagen dass er das nur gewollt wegen dem technischen defekt bei dir ist das einfach nur mitleid gewesen dann ja nee ey man sag ich nicht klein zu so hallo letzter platz ja sind schon wieder ein bisschen besser aus jetzt hier tonic ist erster guck ich habe echt keine ahnung wie die toll hier so geschlagen werden ich habe voll das gemacht und bin runtergefallen ja ich auch und naja jawohl ich glaube langsam auch dass das spiel hier irgendwie unrealistisch ist und das war natürlich sehr gut das spiel hat das mit realismus zu tun ich habe ein hören auf dem kopf ja am fuß wäre irgendwie unschön oder nein ich hasse diese bahn ich auch aber die haben da und diese zwischen den eingebaut oder keine ahnung ich bin der einzige ich bin der einzige natürlich klar ich bin der einzige volle jungen nicht weiß dass man da voll kraft machen darf und kraft machen auch nicht voller kraft was war das denn jetzt hat nicht tonic ist er vom stuhl gefallen mann ich guck mal was auch noch gefallen ist einfach zu schlecht dafür also dies ist vielleicht ist bei dir konny umgefallen nils ja so wie mache ich das jetzt hier macht zwei ich habe keine ahnung wie viel eher zwei ist wahrscheinlich falsch ne passt schon bisschen mehr vielleicht sogar naja gut dass ich würde ich habe zwei ein viertel genommen nämlich ich habe gesagt zwei vielleicht ein bisschen mehr die wurde ja auch geändert echt ich hasse die trotzdem hätte ich so scheiße das ist geil ich habe nicht mal darüber kommen und ging jetzt eigentlich von ja aber so verändert ist jetzt nicht also so habe ich auch in erinnerung ehrlich gesagt ja war ja früher nicht so lieber mal anders sie war ja mal anders thomas an das gäbe schlimmeres wiederholen richtig ein boogie ok was mache ich hier dass sie sind das nochmals wieder bei also dass die schokoladen das gibt es doch nicht los such dir deinen weg man natürlich auch such dir deinen weg das schwecker ist an wenn ich das gleich machen sollen ich hätte vielleicht auch versucht wenn ich es gesehen hätte die bahn kenne ich nicht so auch nicht wo ist ein krieg von mir gerade lang geflogen es war links oder rechts geflogen naja sicherlich einen besseren schlag geben können aber nein nein wieder so knapp und jetzt bin ich ja noch punkt gleich mit tonic und der letzte ist auch wieder so nah mein beileid dass du punkt gleich mit mir bist du mach einfach ein paar fehler ein bisschen nicht mehr punkt gleich mit mir ja gut deswegen mache ich jetzt hier eine 3 was ist denn jetzt passiert ja sehr gut stilo mach das noch ein paar mal bitte ja kannst du gerne noch ein paar mal machen ja ach schade oh der winkel ist das mit und tonic ach du bist auch noch hier echt ist das cool ist auch noch ein bisschen die karte so ein bisschen ja weißt du wie knapp das zwischen uns allen ist uh da ist auch gerade noch rum ich hätte keinen pavio anfangen mitnehmen sollen oh wie viel war das denn bei der bahn um ein hole in one zu machen so viel okay das war ein bisschen zu wenig was ich gemacht habe lol der trick geht nicht mehr ich bin einfach mitten im loch gelandet nee ich finde das sieht schon gut aus wenn das horn halt einfach immer gleich ausgerichtet ist der ball unten drunter kreist so sieht schon besser aus ich hab dir deine hollen wand wieder geschafft oh die bahn da konntest du auch schön bescheißen wenn du es richtig gemacht hast also nicht so wie ich verdammt verdammt wieder nach rechts verdammt wieder nach rechts jetzt verdammt man lasst mich doch mal nein 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 noch vier bahn und die letzten die schlimmsten bahn kommen hier noch finde ich ich finde die ist die schlimmste echt wieso weil da so leichten holen war möglich sind die ich jetzt nicht schaffe und brauchst hat glück das sind richtige loch kommst welches doch muss ich ein rechts und links ja das musst du rausfinden das ist wieder sich selber nicht links würde ich sagen ich hätte es auch mal gedacht ja und ich ich wollte die schlimmste bahn ist die letzte ich fand von den ländlichen weil wurde diese mittlerweile leichter geworden war ja weil du ganz links ist auch noch landen kannst ja früher gab es das hier ja nicht wobei das ehrlich gesagt sogar eigentlich besser war als es das noch nicht gab jetzt bin ich auf dem gras gelandet das ist doch ein schlechter witz verdammt ein bisschen zu stahl jetzt eigentlich das ziel hier hinten wo bist du denn tonic genau da in die richtung wo du gerade gegangen bist ok ich habe keine ahnung wie funktioniert ich habe die ich bin da so selten ich bin da so selten ich bin da so dass sich an land treiben und dann nimm dieses diesen berg berg haben den hügel der das ist einfach werden ja wenn du richtig schlägst dann ja auf den steilen berg nicht auf den flachen ja ich weiß ja nicht die kraft tut mir leid ist doch genau so was holst du denn rum das war jetzt einfach so glück mehr glück als verstand die die bahn hasse ich die habe ich nämlich schon so oft verkackt hä wieso bin ich jetzt runtergerollt da warst du mal okay verdammt ist wohl auch nicht so meine map nein ja jetzt habe ich die führung verkackt die rollen darunter du dummer bald nie ist das hier zu feste wo ist die lauter stelle oder das ist das gefällt mir gerade das gut das wird auf jeden fall spannend in die letzte runde gehen oh nein wie schade ich die sau was tut denn bei mir bist du unter die erde gefallen wenn ich ja ist okay mit zwei schlägen vorsprung ins finale gehen drei vor tonic und nur sechs vor eis das ist noch verdammt knapp bei der bahn wenn du nämlich hier einmal oh das habe ich vergessen man darf nicht volle kraft machen ne ich habe was anderes vergessen man darf nicht volle kraft machen darf man nicht ich habe nicht mehr daran gedacht dass da so ein loch kommt und dass du hier diese rutsche hast ey komm wie stark muss man denn da schlagen oh mein was ist denn das hier bitte wollte mich eigentlich komplett verarschen süßigkeiten land das sieht aber echt schön aus also das finde ich schon rase ich hätte mir an ostern spielen müssen das ist der sieg das ist der sieg den kriegst du noch nicht mehr ich habe gestartet und dann ist die kugel direkt ausgefallen jawoll das ist ein problem oh gott und oh 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 schilder bleibt genau vorm loch liegen uuuh bei mir wirst du immer wieder von der kugel erwischt ja jetzt nicht mehr aha schade ja da leckt er sich irgendwie rein jawoll ja ja zweiter stil oder toni verzeihung leckt er auch noch können die nicht verstehen ähm ich habe keine ahnung was er gesagt hat ich habe keine ahnung das war's für die folge bis zum nächsten mal tschöö tschöö tschöö